Viele Millionen Deutsche sind von Krankheiten wie Diabetes, Krebs und Nervenleiden betroffen. Die großen Volkskrankheiten breiten sich aus. Hier ist Hilfe gefordert. Hilfe durch innovative Medikamente. Wie erkennt man Innovationen? Dadurch, dass sie von Ärzten geprüft und bestätigt wurden. Deshalb wird seit zwölf Jahren unter Ärzten gefragt, was wirklich hilft. Pharma-Trend ist eine Befragung von Deutschlands Fachärzten. Sie wählen die innovativsten Medikamente. Diese werden dann in festlichem Rahmen im Deutschen Museum der Öffentlichkeit präsentiert. Nicht nur innovative Medikamente, auch der Ehrenpreishilf Betroffenen. Dieses Jahr wird die Deutsche Herzstiftung e.V. ausgezeichnet. Seit Bestehen des Preises wurden über 200.000 Euro gesammelt. Schließlich gehen Gesundheit, Innovation und soziales Engagement Hand in Hand. Es ist eine Veranstaltung auf sehr hohem Niveau, inhaltlich wie organisatorisch, Bestleistung. Gewählt wird in zehn Facharztgruppen. Die Spezialisten geben ihre Meinung zu den Medikamenten ab. Ärzte haben den Medikamentenvergleich. Sie vergleichen ja die Medikamente, die sie aussuchen, die sie für das Beste halten, vergleichen sie ja mit anderen Bekannten. Und sie haben den ganz unmittelbaren Kontakt zu ihrem Patienten, die das natürlich auch bewerten. Wer sollte es sonst bewerten, wenn nicht die Anwender? Aber die Anwender im Kontakt mit ihrem Patienten? Ich finde, das ist eine hervorragende Idee. Denn Ärzte, die ja ganz nah dran sind an den Bedürfnissen der Patienten, können aus ihrer Alltagsarbeit wirklich beurteilen, welche Medikamente sind nicht nur neu, sondern sind wirklich Innovationen in dem Sinne, dass sie einen Nutzen bringen für die Behandlung, einen Nutzen für die Patienten, Innovationen, die also wirklich einen therapeutischen Wert haben in der Behandlung. Und da sind Ärzte, glaube ich, genau die Richtigen, um diese Befragung auszuführen. Jedes Jahr werden bei der Ärzteumfrage PharmaTrend unzählige Präparate als innovativ genannt, weil sie Hilfe versprechen für Menschen, die unter den Volkskrankheiten leiden.